Willkommen zu einer neuen Runde auf unserem Lieblingsserver. Tim, deine Meinung? Ich hör' dich schon bauen. Meine Meinung? Du wirst meine Meinung wissen. Du hast keinen Antinoc. Ich wollte dich grad töten. Ja, ich hab dich zuerst getötet. Schau nachher mal gleich. Nachher mal gleich. Ich sag's dir gestern. Ob EPU wieder entbahnt ist. Achso, btw, weil ich die letzte Aufnahme wahrscheinlich nicht schneiden werde, weil die mir schon wieder viel zu lang geworden ist. Ähm. Bye, have a great day. Wie du einfach runterläufst. Zum einen, folgt mir unbedingt auf Twitch, Twitter, Instagram etc. Falls ihr das noch nicht tut. Abonniert mich auch sehr gerne auf YouTube. Wieso kann ich nicht ordentlich mich drehen? Keine Ahnung, weil du dumm bist. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das natürlich auch auf jeden Fall nach. Aktiviert die Glocke und teilt den Stuff, um mich zu supporten. Dankeschön. Tim, wo sollen sie es alles teilen? In, auf, unter, vor und hinter dir. Egal, passt. Du weißt schon, dass ich dich jetzt reporten könnte und du weg wärst. What the fuck? Und, ganz kurze Sache an die... Admins, oder beziehungsweise... Wie sagst du das, Tim? Ja, also, es wird wahrscheinlich hier irgendwer aus dem Server-Team wie immer schauen. Ich bin froh, dass wir über die Zeit hinaus sind, wo ihr nur drauf geschwitzt habt, Tims Accounts zu bannen. Natürlich läufst du mich so runter. Ja, ich habe auch eine Kill-Aucher gespielt. Nur für dich. Die Sache ist, ich könnte jetzt dann so gut zügig sein, aber du passt halt leicht bis mittel an. Ich weiß nicht was gewesen. Auf jeden Fall, ganz kurze Sache an die Head-Admin. Wenn wir jetzt auf Stats All gehen, habe ich nicht mehr meine hundertprozentige Win-Rate. Technisch gesehen habe ich sogar... Hä? Der sagt mir, dass ich inzwischen zwei Spiele verloren hätte. Ich habe doch... Hab ich gegen dich... Ich habe doch noch nie gegen dich verloren. Du hast mich. Das ist doppelt verbuggt, chillig. Also, die Sache ist, dieses Spiel ist halt auch noch nicht als gewonnen drin, aber nevermind. Ich habe auf jeden Fall wegen dem Bug Spiele verloren, weil ich halt plötzlich alleine in der BW-Runde war und nicht ganz wusste, wie ich ohne einen Gegner den Gegner killen soll. Also, ähm, falls es irgendwer sieht, schickt es mal bitte dem Head-Admin. Oder wer auch immer Zugriff auf die Datenbank hat und einfach mal bitte alles, was nicht als Win markiert ist, rausnehmen. Hier aus der Statistik. Aus den Stats. Das wäre sehr sympathisch. Man kann sich unterhalten. Deine Meinung, Tim. Seht ihr, Tim sieht es genauso wie ich. Ja, ne, aber auf jeden Fall, das wäre echt korrekt, weil, äh... Genau. Ich meine, unter 100% Win-Rate geht ja wohl gar nicht. Ah, hast du Gold gesaved? Keine Ahnung, als du es halt nicht gesaved hattest. Ich bin gerade mit dem Gedanken, dich zu reporten, ne? Und du, noch nicht reporten? Hä? 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 What the fuck? Oh, da will jemand mein Freund sein. Schreib. Schreib mir mal, dass die Gamerfall auf YouTube abonnieren soll. Das ist ganz wichtig. Nicht töten, Nick. Warum nicht? Ja, weil ich den Weg abgebaut hab. Ich krieg das halt auch noch. So, mal schon. Hey, ich... Nick, ich wollte Bower-Ambot usen. All around me are familiar faces worn out... Kennst du schon unseren Teamspeak? Ja, ich kenn euren Teamspeak, aber der ist scheiß, weil ich da nicht drauf komm. Echt? Hast du irgendwie ne Vorgeschichte mit dem Server-Team, Tim? Nein. Wir haben uns alle ganz lieb. Ich möchte mir anmerken, dass... Ich glaube, in ein, zwei Videos hab ich das vergessen. Sonst hab ich das immer eingebaut. Dein Boy-Ambot funktioniert ja schon mal gut. Wie man einfach ne halbe Stunde zum Respawn braucht. GG. Ease. Ich hab meine Killaucher nicht mehr akzeptiert, ja. By the way, ich bin Platz 1 in den Rankings, wie man... Hier dran erkennen kann. Patcht mal bitte die Loos raus, aber ich find's trotzdem korrekt, wenn ich hier wieder Platz 1 zeigen könnte. Weil ich bin ja wohl rechtmäßig Platz 1. Und absolut fair erspielt. Geh von mir weg, ich hab Killaucher geradeaus versehen angemacht. Geradeaus versehen. Ja. Ich wollte mal anmerken, was für Tetris du so normalerweise? Ich trink normalerweise Fruit-Titel. Und, Tim, wie geht's dir so? Ja, schon so näher. Nice. Ja, das fühl ich. Mein Meister. Hallo. 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 Pff, scheiß Cheater. Also ganz kurz, falls das hier irgendwer vom Team sieht. Ich könnte mal bitte diesen scheiß Cheater warnen. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt danach da auf deinem wirklich gebannt wirst. Check mal bitte aber wirklich gleich, ob dein, äh, ob EPIU wieder entbannt ist. Äh, Leute, falls das noch nicht passiert ist, entbannt habt ihr EPIU. Oder schaut das Video zu Ende, dann werdet ihr rausfinden, ob's passiert ist oder nicht. Wait. Wait. Alles klar, Bro. Wow. Ich will noch ein Dach draufmachen. Warum lässt du mich nicht einfach ein Dach draufmachen? Die Frage ist, ob der Servercrasher noch funktioniert. Aber mich wundert es, dass du nach dem Servercrasher nicht gebannt wurdest, ne? Damit hab ich felsenfest gerechnet. Ich hab mir wirklich felsenfest damit gerechnet, dass du nach dem Servercrasher gebannt bist, ne? Ja. Ah, ET. Ich weiß, wo wir die abmod machen. Aber da muss ich mir einfach folgen. Auf Twitter und auf YouTube und auf Instagram und auf Twitch. Vor allem auf Twitch und auf YouTube. Und auf Twitter und auf Instagram. EPIU. Hurensohn. Hat er nicht entbannt? Ich bin nicht entbannt. Ja, dann entbannt mal bitte EPIU. Ja, aber jetzt mal for real. Ich bin eben in TeamSwick gegangen, hab die Ahnung gefragt, ob er dich entbannen kann. Er hat ja gesagt. Ich hab eigentlich erwartet, dass er dich entbannen jetzt. Ja, ich fand's lustig. Vor allen Dingen hat das bei mir rumgeleckt. Genauso wie es gerade bei mir rumleckt. Dann haben die mir einfach Creative gegeben. Aber ich versteh's nicht, warum es so krass leckt. Na gut, Tim, dann komm mal kurz hier ran. Ja, das war jetzt die falsche Richtung, Tim. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch unheimlich gerne mit einem Daumen nach oben. In einem netten Kommentar unter dem Video. Und abonniert mich natürlich, wenn ihr's noch nicht getan habt. Und hier ist der Punkt für wir immer backen. Alter Vater. Ich verstehe nicht, warum ich so rumlege. So, dann liegt das wohl nicht an mir. Jo, was ist bei dir los? Ja, ich weiß es nicht. Bei mir hab ich nen roten Name. Und rot sind ja normalerweise Edmonds. Also von daher passt das. Naja, rot sind aber auch Republikaner. Ah, okay. Das möchte man nicht sagen. Donald Trump und so. Ciao. Bro, aber ich hab halt wirklich keine Ahnung, warum ich hier die ganze Zeit so reflekt werde, ne? Keine Ahnung. Ja, ich hab gerade auch gesagt, dass ich keine Ahnung habe, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wait, dann kann ich ja. Bye, have a great time. Was kannst du ja? Haha. Hi. Perfekt. Haha. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit nem Like, nem netten Kommentar. Es bringt einfach mal die Kommentare zu. Wie ihr heißt? Wer seid? Wie alt ihr seid? Ob ihr deutsch seid? Ob ihr niederländisch seid? Ob ihr belgisch seid? Ob ihr französisch seid? Dann verpasst euch bitte direkt wieder. Und schreibt bitte rein, ob ihr 5000 Euro für Online-Games ausgegeben habt. Dankeschön. Das könnt ihr auch reinschreiben, wenn ihr wollt. Dann würde ich sagen. Abonniert, wie viele ihr nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um kein Stuff zu verpassen. Folgt mir auf Twitch und aktiviert natürlich auch da die Glocke, um kein Stuff zu verpassen. Folgt mir auf Instagram und Twitter, da bekommt ihr immer mit, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe oder wenn ich einen Stream starte. Und das Wichtigste von allem. Das wird rausgeschnitten. Oh, an der Stelle. Ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, checkt das Netzwerk aus. Es ist auf keinen Fall unter dem Video verlinkt. Oh, Tim, deine Meinung. Also, ich würde euch nicht empfehlen zu cheaten, aber ich würde euch schon empfehlen zu cheaten. Vor allem auf diesem Server. Naja, ich glaube, wenn die nicht zufällig einen Premium Plus auf dem Server kennen, der sich ganz gut mit den Admins versteht, weiß ich nicht, ob die das durchbekommen werden, so wie du. Du verstehst dich nicht so gut mit den Admins, dass ich auf dem TS anwendet werde. Ich habe die nur noch nie gefragt, Tim. Ich will lieber YouTuber haben und nicht, dass du anwendest. Also, falls es irgendwie aus dem Team sieht, gib mal bitte YouTuber, danke. Ja, anwend nicht vorher. Alles andere ist sinnlos. Gebt mir hier drauf keine Videos. Okay, da hat er vielleicht recht. Aber gebt mir YouTuber und danach könnt ihr ihn von mir aus anwenden, wenn ihr Lust drauf habt. Na dann, ja, wie gesagt, bis dahin. Ciao. Tim. Nein. Alles klar. Ciao.